Hallo, liebe Dienste-Freunde zu einer neuen Partie FIFA 22. Ja, wir spielen 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Doch, hört sich nicht mal schlecht an, würde ich sagen. Wir spielen die Heimmannschaft und auf der Profi-Stufe und versuchen mal wieder unser Glück und ein Spiel zu gewinnen. Wem das gefällt, dann gerne ein Abo dalassen. Daumen nach oben, nicht vergessen. Und, ja, weiterempfehlen überall da, wo es um Fußball geht. Ja, drückt dazu, jetzt die Aufstellungen. Und dann kann es gleich losgehen, würde ich sagen. Ja, drückt dazu, jetzt die Aufstellungen. Köln in Weiß und Frankfurt in Schwarz. 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 Köln in Schwarz. Kamada. Nein. Gehen. Drauf geht das drauf. Klasse Hector. Köln in Schwarz. 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 Mitte auf Özcan, der schießt, der Modeste da draußen ist schwierig, er muss in die Mitte rein, Paul, gelbe Karte, jetzt schauen wir mal, Rupfer, ne, Gita passt auf, jetzt drüben, über rechts, jetzt da, über rechts, Ah, Absalcini, super gespielt, tja, haben sie ja wieder geschlafen, die Kölner hier, die Vorlage, auf Chandler, ja, 1-1, so, wieder von vorne alles, ah, wieder viel im Aufbau, durch Duda, durch Duda, ja, jetzt wieder mit, Schmack ist hier da vorne, da greift er keiner an, da greift er keiner an, Duda, der läuft, wie geht es hier los, oh, Krap, Friert auf der Linie, höchst, oh, Tier, Junge, 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 was für ein Duda, Eckball kommt, durch, viele Mann, nee, nicht zu, nicht zu, Kostisch, jetzt gefällig, durch, so, entscheidend, wird da fast gereiht, jetzt mal Modeste, das braucht noch viel Raum und Platz, und hat in der großen Schritte, oder die Flacke, die Däger, Kriert hier, oh, was macht er denn hier, läuft er quer beim Platz, Klasse, 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 was das, nämlich Spielaufbau, ja, jetzt aus, Hahaha, Kamada, naja, jetzt suchen sie wieder hier über die Abwehr, ổste jetzt, vor sich, oh, doppeltes Versuch, nein, geht, und geht da nicht raus, ooo, Uhhh....Hahaha! Nach Vorlinien lang! Na was ist denn hier los? Leute konzentriert! Giri? Was ist denn hier mal? Naja komm da! Vorsicht! Oh Mann, 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 Mann Kein Tor Hier nochmal der Beweis So, gleich jetzt Halbzeit Nicht mal schlecht im Spiel, muss ich sagen Aber wir haben und machen So viele Aufbaufehler Das ist das Problem Der Ball war wieder völlig sinnlos Das müssen wir noch abstellen Sonst können wir nicht so viel mehr erreichen Ganz einfach Oh Leute Meine Fresse Den kann man auch mal halten Ne, 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 ne Den kann man mal halten, Freunde Aus dem Nichten raus Oh Leute Auf dem falschen Fusse mischt der ganze Scheiß hier So, und jetzt Halbzeit Ohne uns Wir machen weiter So gut angefangen Und Fragen von Hat das Spiel gedreht Ganz einfach Achtung Wieder mit dem Flügel Ohnein 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 Geht Frankfurt stört hier früh Das ist das Problem Für die Kölner Nein, wieder nicht Schlechter Aufbau Abseits Mit viel Laufarbeit heute Gut, er läuft dann weiter Solange irgendwer hat er stoppt Läuft immer weiter Läuft immer weiter Ah, aber der erste war da frei Fast Ha, Baul Ja, Abseits Ruhig Einwurf Wechsel Witz Ja, geht auch da draußen Endlich Schwitz Oh Leute Und mit der Parade Gott sei Dank Nächster Wechsel Der Torschütze geht raus Oh Nee, oder? Gar Nee Naja Inter Frankfurt Was für ein Schuss Genau gepasst Tja Jetzt haben wir natürlich die Ich sage mal die Hose voll Meine Presse Das kann es nicht sein Wahnsinn Kann das passieren? Paul Dass wir jetzt so abblicken zu mir Das ist nicht der Wahnsinn Sonst warst du da Oh, Abseits Was nicht Werig wechselt Die Nummer 6 Salih Amtschalk Neu dabei Die Nummer 21 Louis Schalk Der Köln hat irgendwie Auf dem Mittelfeld schon gar keinen Zugriff Hier Ja, super Lauf Aber Eeeh Nichts schon Eeeh Oh, Mann Neometer 4-1 Jetzt kriegen wir die Hucke voll Aber volle Kanne Oh, je, je, je Ja, gut Frankfurt Jetzt auch Nicht schlecht Muss man sagen Oh, re Mit dem 4-1 Tja Oh, Fahle Kälp Das ist der Ball. Und jetzt der heute auch nicht so im Spiel, wie normalerweise der Fall sein sollte. So, wie war's? Nee, alles zu unbeständig wieder. Modeste jetzt mal, Modeste! Geht doch! Wird dann auch gehalten am Trikot, aber egal, 2-4! Die haben wieder gehalten. Und dann ist mir scheinbar egal, dann drücken wir die Beine über die Linie. Tor für Köln! Die Nummer 27! Jetzt muss ich kurz was probieren hier. So! Vorsicht! So! Viel Pass! Was? Irgendwie! Die Nummer 28! Aus dem Schiff! Verstehen wir das mal! Ja! Ich bin hier. nein leute da steht zweimal da da kommt keiner hin weg das war es freunde müsste Geht's los? Nee, Stoß. So, schaut mal noch, ein Ball hier. Ja, der muss schon helfen, weil sonst wird das nix. Nee. Ja, Frankfurt war heute einfach besser, und wir waren schlecht heute. Da hat er den Punkt. Wir müssen weiter an uns arbeiten, hilft nix. Hint nix! Bekannt. Sonst wird das gar nichts mehr. Ja, der schießt nicht, der kann ich abpfeifen, wenn er will. Ja, macht er auch, Gott sei Dank. Ja, wir verlieren. 2-4. Schade. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Wenn ja, dann Daumen da lassen, Abo nicht vergessen. Und natürlich oben rechts die Playlist für alle Spiele bis dato. Ja, ich bedanke mich jetzt auf die Highlights, und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, das wir auch hoffentlich dann gewinnen werden. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020